Oh yeah! Ho! Du, dauert ein wunderschönes... Alles klar, dauert ein wunderschönes Moment, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Titanfall. Machen wir kurz ein bisschen leiser. Ich find das echt krass. Im Menü ist das Spiel so leise. Und dieses Tutorial-Video am Anfang auch. Aber das Spiel, ne? Meine Fresse, das ist bald erstmal richtig, wenn du im Flugzeug sitzt. Woah! Was? Ey! Was ist das denn für einer? Ein Scharfschütze! Ein Scharfschütze, geil! Geil! Alles klar! Ich hab auch schon ein bisschen trainiert. Also weil ich noch ein bisschen privat gespielt habe. Und dann sieht es vielleicht ein bisschen... Enterhaken! Alter! Der Sniper da oben geht mir so auch so eine offene Nüsse! Ich glaub den werden die dann gleich mal rausholen. Oh! Oh! Ahja, ich glaub den Zulu hab ich jetzt mit ihm, ne? Ahja, genau. Wollte ich auch noch mal austesten. So? Okay, Waffenwechsel geht schnell! Oh! 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 Der Typ war da... Okay, der ist wahrscheinlich schon tot. Nice! Nice gemacht! Brass! Oh! Oh, jetzt ist er da hinten! Das macht das auch nicht grad viel besser! Was von da? Bitch! So schlägt man zu! Ach, da unten ist er! Ah! Achso, teammate! Ich hab grad gesagt, ich hab doch gehört, dass jemand kommt! Oh! 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 Alles klar! Ich muss ganz ehrlich sagen, Titanfall 2 mit Gaming-Headset zu zocken ist echt geil! Ist generell echt wie wirklich geil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze sie nicht gerne immer mit Headset! Und ist viel angenehmer! Weil das Headset, was ich aufhabe, ist Turtle Beach! Weiß ich nicht was für ein Ding! Was ist das hier irgendwo? X12, genau! Turtle Beach X12! Ist sehr warm auf dem Kopf! Boah! Oh mein Gott, ich glaub ich... Ich werd nachher erstmal noch ein paar Runden zocken und im Spielmodus mit Titans! Weil ich hab gestern noch das Spiel selber privat noch ein bisschen weitergezockt! Und ich muss sagen... Das mit den Titans nervt schon ein bisschen! LoL, das ist ein Dreischussding! Okay, die Pistole hab ich noch nicht ausprobiert, tut mir leid! Was ist da nachher? Da war doch grad noch eine lang gerannt! Alter, die Typen mit den Scharfschutzgewehren, ne? Die gehen mir sowas noch auf die Nüsse! Ich glaub ich probier das selber mal aus, nachher! Hab ich das selber noch nie gehabt! Ich bin bis jetzt das ganze Spiel, weil die ganze Beta, die momentan noch am Stüssel ist! Hab ich nur mit dieser einen Waffe hier rumgerannt! Ne, warte, ich hab mal ganz kurz noch eine andere ausprobiert gehabt! Genau, da konnte ich aber nur nicht... Eine andere Schneiderklasse hab ich noch was probiert gehabt! Level 18 sieht man vielleicht daran, dass ich nur mit der einen Waffe gekippt hab bis jetzt! Ho! Ho! Mach ich da hin! Ja, nice! Jetzt hier unten durch! Ich guck mal, dass ich die Gegner flankieren kann! Okay, da ist keine! Oh! Nice, er ist tot! Jetzt hier hoch! Wie sie an, Digga! Nice, hab ihn aber wenigstens noch erwischt! Nice! Oh, die Pistole! Oh, ich erinnere mir noch einen Black Ops 2, die 3er Schusspistole! Oh, mit der hab ich immer so gut getroffen! Mit der... Die war echt geil! Hm... Spider-Man! Oh, leider nicht getroffen noch! Was? Wo häng ich denn grad dranne? Wo hab ich denn grad meinen Grabhook hingeworfen? Lol! Hm... Da lang? Alles klar! Wo muss er? Oh, shit! Warte mal, hab ich ja nicht... Ach, die Pistole! Hä? Ah, hab ich grad den Kontakt vergessen! Da ist der! Oh, ich dachte grad echt, das wär das für mich auch gewesen, weil da oben ist noch der eine, andere Typ! Oh! Jesus el loco! Alles klar! Was auch immer das Ding ist? Hin damit! Ah ja! Das war die kleine Mine, die wollte ich mal austesten, was auch immer das ist! Ähm... What up? Da sitzt er! Nice! Oh! Da kam ich nicht mehr schnell genug weg! Da ist er immer noch... Der ist immer noch so langsam vorgerutscht! Anstatt einfach aufzuhören zu rutschen! Ähm... Ich hab wieder mein Trick... Mein Ticks ready! Alles klar! Komm, Grabhook! Okay, der liegt nicht dann hier hoch! So... Scheiße... Wirklich, die Gegner sind auf der anderen Seite! Naja... Ihr Bitch! Ja... Ist ja ausgewichen, ne? Oh! Okay, ich geh doch mal gleich rüber! Grabhook ran! Dann sagte ich... Oh! Oh! Direkt rein in die Kugelhage! Nice! Hau rein! Oh, das war kurz! Generieren! Oh, hab ich direkt in den Kugelhage reingesprungen! Läuft bei mir! Was sind die Gegner? Mit dem Scheißding! Was? Pilot gekillt? Ach, Leute! Das war so ein eigenes Ding! Das war sogar noch in der Nähe von Piloten! Nice! Achso, so... M-Made-Sniper! Wollen wir sein! Oh fuck! Ich geh mal rüber! Oh, der hat mich doch gesehen! Grenade! Grenade out! War hier gerade nicht nur eine? Alles klar! Ja? Oh! Okay, da ist auf jeden Fall ein Gegner! Hm... Hm... Ah ja, YOLO! Oh, da sind sie! Nice! Ready! Spider-Man in Action! Boah! Aha! Oh! Der war hier lang! Der eine! Der eine war hier unten noch drinnen! Oder hab ich den gerade umgebracht, der hier unten drin war? Ach, bin mir nicht sicher! Okay, jetzt ist keiner mehr! Ho! Boah! Krasses Movement! Alles nur Glück! Was ich hier gerade mache! Nice! Oh, naja! Knapp über eine 1er KD! Geht ja noch! Aber ich würde sagen, sie muss beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal! Wir sehen! Tschüss! Tschüss! очку- Tschüss! Und jetzt bleibtお okay!